Was wird wichtig diese Woche? Ich möchte jetzt einen kleinen Wochenausblick und wenn man schon mal dabei ist, auch einen Jahresausblick machen und zwar mit Carsten Klude, dem Chef-Volkswirt von MM Warburg. Schönen guten Tag, Herr Klude. Herr Kerschei, guten Morgen. Bevor wir auf den Rest des Jahres gucken, schauen wir uns erstmal die laufende Woche an. Da fällt vor allen Dingen ja ins Gewicht und in den Blick die Inflationsdaten, die am Mittwoch aus den USA kommen. Ja, ganz genau. Neue Zahlen von der Preisfront und das sorgt momentan natürlich für ganz besondere Aufmerksamkeit, weil in den vergangenen Tagen und Wochen uns ja insbesondere der Rentenmarkt so ein bisschen an den Kapitalmärkten einen gewissen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das liegt einfach daran, dass die Inflation immer noch sehr hoch ist und die Anleger, die lange Zeit davon ausgegangen sind, dass die amerikanische Notenbank vielleicht noch in diesem Jahr oder dann spätestens gleich zu Beginn des nächsten Jahres die Zinsen senken würden. Diese Erwartungen haben sich jetzt mittlerweile komplett verflüchtigt. Jetzt geht man davon aus, im Juli, also in zwei Wochen, gibt es eine weitere Zinserhöhung und dann passiert erstmal lange Zeit gar nichts. Und von einer ersten Zinssenkung geht man jetzt erst tatsächlich zur Mitte des nächsten Jahres aus. Und das hat die Renditen am Anleihemarkt ordentlich nach oben betrieben. Also wir sind in Amerika jetzt bei den 10-Jahres-Venditen wieder über der 4-Prozent-Marke. Und ja, mal gucken, wenn die Inflationsentwicklung vielleicht günstiger ausfallen sollte, dann würde das vielleicht wieder eine Gegenbewegung auslösen, was ich mir ganz gut eigentlich vorstellen könnte. Wir sagen sozusagen, dachten wir eigentlich alle, dass die USA das Inflations- und das Zinsthema eigentlich ganz gut im Griff haben. Scheint jetzt nicht so zu sein, ne? Ja, weil auch in Amerika die Notenbanker natürlich, ich sag mal so, gegen diese Markterwartung, gegen Ankämpfen, weil man gesagt hat, naja, also eigentlich ist der Markt dazu optimistisch. Und wir von der Notenbank sehen die ganze Situation ja doch etwas kritischer und glauben, ja, der Kampf gegen die Inflation wird zwar gewonnen, aber nicht so schnell, wie der Kapitalmarkt das vielleicht gerne hätte. Und insofern haben die Notenbanker immer darauf hingewiesen, also das wird nicht so schnell gehen mit den Zinssenkungen. Und wie gesagt, Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer haben das lange angezweifelt und hatten da ihre eigene Strategie. Und sichtweise entwickelt und mittlerweile hat man sich da doch weitgehend eigentlich den Notenbankern angeschlossen. Das werden die US-Unternehmen sicherlich mit großer Aufmerksamkeit beobachten, zumal ja jetzt in den USA auch langsam wieder die Berichtssaison beginnt. Womit rechnen Sie da? Ja, also wie immer ist es so, dass die Erwartungen im Vorfeld des Beginns der Berichtssaison deutlich nach unten geschraubt worden sind. Also man kann sich das quasi tagtäglich angucken. Es geht irgendwie permanent runter, das bedeutet auf der anderen Seite natürlich, dass eigentlich die Latte, die es für die Unternehmen dann zu überwinden gilt, weniger hoch liegt. Das hat in den vergangenen Quartalen auch immer ganz gut funktioniert. Gerade auch das erste Quartal war ja wesentlich besser von den Zahlen, die die Unternehmen dann vorgelegt haben. Jetzt für das zweite Quartal wird natürlich die große Frage sein, ob der Rückenwind über die Preisseite, das heißt also viele Firmen waren ja bislang in der Lage, die gestiegenen Preise zu überwälzen und vielleicht immer noch ein bisschen mehr auch draufzulegen. Ob das im zweiten Quartal eben auch noch gelungen ist. Und da hat es jetzt zuletzt auch bei den so professionellen Beobachtern, würde ich sie mal nennen, jetzt auch ein bisschen mehr Skepsis gegeben. Die gesagt haben, naja gut, also da darf man vielleicht tatsächlich nicht mehr so optimistisch sein. Und vielleicht wird die Berichtssaison dann erstmals seit Längerem auch wieder schlechter ausfallen als erwartet. Das wird man sich jetzt für die nächsten Tage und Wochen, die Berichtssaison läuft ja doch eine ganze Zeit, das wird man sich genau angucken. Denn wenn die Gewinne nicht sich in dem Ausmaß bewegen und entwickeln, wie man das erwartet, das wäre natürlich für die Aktienmärkte dann auch schon auch eine negative Entwicklung und Tendenz, die dann auch wahrscheinlich eher zu weiteren Kursverlusten führen würde. Ja, je nachdem wie die Ergebnisse ausfallen, das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Entwicklung des zweiten Börsenhalbjahres haben. Aber wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen, sind es die Gewinne der Unternehmen oder ist es eher das Zins- und Inflationszimmer, was das bestimmende Thema Ihrer Ansicht nach für das zweite Börsenhalbjahre ist? Beides. Also das eine kann man nicht, man kann die Dinge nicht, glaube ich, isoliert voneinander betrachten. Wichtig sind natürlich die Unternehmensgewinne, weil letztendlich die Kursentwicklung schon primär von den Gewinnen auch beeinflusst wird. Und bislang ist es so, dass wenn man sich die Gewinnentwicklung anschaut, die doch eigentlich erfreulich ist, wir haben beispielsweise hier in Europa, wenn ich mir den DAX oder die Gewinnentwicklung beim Eurostoxx 50 anschaue, dann sind die Erwartungen auf einem Rekordniveau angelangt. Und das hat eben damit zu tun, dass das erste Quartal sehr gut lief und dass es bisher auch noch nicht so viele Gewinnwarnungen von Unternehmen im Hinblick auf das zweite Quartal gegeben hat. Das hat sich jetzt so in einzelnen Sektoren gerade in der vergangenen Woche etwas verändert. Also beispielsweise im Chemiesektor, da haben wir doch mittlerweile einige negative Stimmen gehört. Also insofern wird man da ganz genau jetzt hingucken müssen, wie das zweite Quartal wirklich läuft. Und die Zinsentwicklung ist natürlich mindestens genauso wichtig, weil wenn wir uns zurückerinnern, im vergangenen Jahr hat ja letztendlich eigentlich die Geldpolitik die Suppe versalzen. Und insofern, wenn die Inflation zurückkäme, würde der Druck von der Geldpolitik genommen. Und das wäre auch natürlich ein wichtiger Punkt, wenn die Zinsen nicht weiter steigen, dass das für die Bewertungsmultiplikatoren, insbesondere für das Kurs-Gewinn-Verhältnis, gut wäre. Weil letztendlich man eigentlich davon ausgeht, niedrigere Zinsen eröffnet das Potenzial für höhere Bewertungen am Kapitalmarkt. Und davon würden dann vor allen Dingen auch Technologieunternehmen weiter profitieren können. Also insofern sieht man, Gewinne und Inflations- bzw. schräg-schräg Zinsentwicklung sind eigentlich das Entscheidende jetzt für die weitere Entwicklung am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt. Womit rechnen Sie denn ganz konkret für das zweite Börsenhalbjahr? Denken Sie, dass die Börse mit einem Plus oder einem Minus oder wird es eine reine Seitwärtsbewegung sein? Womit wird das Börsenhalbjahr abschließen? Gut, der Beginn jetzt des zweiten Halbjahres, der war natürlich nicht so toll. Wir hatten eine klasse erstes Halbjahr, aber im Moment, ich sage mal so, erinnert mich das so ein bisschen. Beim Skifahren würde man wahrscheinlich von der Buckelpiste springen. Also es geht ein bisschen rauf und runter von der Tendenz eher im Moment runter. Wie gesagt, entscheidend wird sein, was macht die Konjunktur? Das ist wichtig für die Unternehmensgewinne. In Amerika haben sich die Wirtschaftsdaten zuletzt eher positiver gezeigt. Also von dem Hintergrund gehe ich nicht davon aus, dass wir in Amerika in eine Rezession fallen werden. Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass die Inflationsraten zurückgehen. Das heißt eigentlich ein ganz guter Mix, der auch für das zweite Halbjahr zumindest hohes Gewinne, vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß des ersten Halbjahres, aber tendenziell eher für hohes Gewinne spricht. In Europa haben wir die Rezession, die vor allen Dingen auf die Entwicklung in Deutschland zurückzuführen ist. Das hat viel mit technischen Faktoren zu tun im ersten Quartal, die sich nicht wiederholen sollten. Aber ganz klar ist auch, im Moment sind die Konjunkturdaten eher mau. Also wir werden nur eine Stagnation haben. Insofern ist das insbesondere dann die Frage, ob die Unternehmen da in der Lage sein, wieder ihre Gewinne steigern zu können. Jetzt kann man aber sagen, die Erwartungen für dieses Jahr sind sowieso relativ niedrig. Also plus minus null, vielleicht plus ein Prozent. Das sollte zu machen sein. Also insofern spricht das meines Erachtens eben auch dafür, dass wir vielleicht nicht jetzt in den Sommermonaten, aber dann, wenn wir die hinter uns gelassen haben, auch von der Saisonalität her, auch ein gutes zweites Halbjahr erleben werden. Was heißt denn ein gutes zweites Halbjahr? Also unsere DAX-Prognose liegt bei 17.000 Punkten. Da haben wir uns jetzt mittlerweile wieder ein ganzes Stück weit von entfernt. Wir waren aber schon bei 16,5. Also insofern sieht man ja auch, wie schnell die Dinge sich verändern. Aber Punkt-Prognose, seien wir ehrlich, sind natürlich auch immer ein gewisses Glücksspiel. Mir geht es eigentlich eher darum, damit zu signalisieren, überwiegen aus unserer Sicht die Chancen oder die Risiken. Also geht es eher rauf oder geht es eher runter. Und da würde ich sagen, aus unserer Perspektive überwiegen wir die Chancen für das zweite Halbjahr. Das war ein Wochenausblick und Jahresausblick mit Carsten Klohle, dem Chefvolkswirt von MM Warburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klohle. Gerne, Herr Kerscher. Bis zum nächsten Mal.